ja ich schon seit langer zeit sehr darauf freue und zwar spielen wir wieder ein paar in die db in die spiele mit unter anderem dragon ball of force noch irgendwas ich weiß es jetzt nicht special force naja genau ich erkenne es ganz klein da unten das ist eine half life 1 mod die glaube ich zumindest stand es auf der seite seit 2000 also seit dem jahre 2000 in entwicklung ist ich glaube 2008 ist es dann letztendlich fertig geworden ist so eine third person dragon ball mod wo dann mal ein bisschen kämpfen kannst ein bisschen online spielen kannst aber spielt gerade keiner mich wundert dass es da server zu gibt schade dann stelle ich halt einfach mal ein server so wir haben jetzt hier schon viele karten die man mal aus testen kann ich nehme mal arrival maximale spieler number of bots manchmal fünf zuerst mal bots gehts medium man kann mit bots spielen das finde ich sehr gut ich glaube sechs reichen erstmal free fighting machen wir mal ich habe keine ahnung wie das spiel funktioniert von der steuerung her von dem her testen wir doch mal ich habe schon so lange keine half life mehr gespielt das letzte mal ja oh gott das ist schon sehr lange her so ich kann mich jetzt entscheiden zwischen buch goku gohan krelin frisa piccolo trunks vegeta cell oder random ich bin goku ich bin goku das ist cool bullmann lover lol was geht hier das sind aber keine computer oder oder doch see me i love you lol ok auf links klick kann ich mal schießen auf rechts klick auch auf e lade ich mich auf ich musste erstmal durchchecken so irgendwie ja wir bleiben erstmal goku hoch ja wie schlage ich den jetzt eigentlich ach so ich schreibe ja schon eher falsch warte mal ich muss mal ganz mal ich muss mal kurz mal die tastatur naja ok fly a teleport ach so ja mouse wheel wie mache ich meine übelsten moves hier nein wie geil was mache ich da ich habe gerade irgendwas gemacht ich habe gerade irgendwas gemacht unten sieht er meine keywähle und sowas und ich wenn ich scrolle dann mache ich jetzt hier eine auf neue fähigkeiten wo sind die denn alle hin aua nein wie geil ist das denn ach zweimal will ich es dann tacke machen warte mal warte mal das ist cool gemacht das mache ich mir jetzt alter wie geil wie geil voll abgesprungen hier mache ich einen auf speed da kommt ja da kommt ja eigentlich selber hinten oder sorry vielleicht sagen die map ist wirklich schon echt groß das kann hier über sagen als stehen geblieben nein ich wollte gerade kann mehr machen wie geil wo bist du wo an das ist so cool ne ich mach der nicht ernsthaft gegen die dame oder alter ich mach einfach mal genki da mal so wo ist jetzt ein gegner da ich bin aber gestorben geile sache auf jeden fall ich wechsle mal den charakter ich glaube wir haben erstmal genug von goku gesehen ich nehme mal boh 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 was kann boh denn so schön ist echt cool das spiel vor allem jetzt kannst du auch eigentlich wenn du half life musst half life oder counter strike besitzen dann kannst du das spiel ja äh online auch spielen mit freunden oder so ich glaube da mache ich auch später mal ein let's play draus irgendwann mal so irgendwann mal so können alle schon echt geile fähigkeiten in die luft gejagt habe ich dich ich hätte viel mehr key so ich würde aber echt gerne mal wissen wie ich schlage einfach mal hier ist das ganze mal schlagen key bälle ja am mund verwandeln verwandeln wo sind die alle wo ist er denn wo ist er denn ach da oben ja ganz weit oben hilfe 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 so jetzt will ich euch mal verwandeln verwandeln die sounds sind auch cool hab ich den jetzt verwandelt oder genau vor mir egal ziemlich maffi design ich würde echt aber gerne schon mal wissen wie ich einfach ähm wie ich äh wie ich schlage maus 2 return b power change class dann gedacht er vielleicht irgendwie maus reindrücken ah guck mal hier er kann einfach mal energiediskuss also ich habe ihn umgebracht allein die ganzen fähigkeiten auszuprobieren von denen das macht so spaß ich kann mir vorstellen mit der community oder so ist das echt schon cool wegen dem mod ist auch noch nicht mal schlecht ich finde sie echt gut muss ich euch sagen man kann sich teleportieren auf g ich probiere jetzt mal alle knöpfe aus denn irgendwo muss ja schlagen dabei sein denke ich jetzt einfach mal ist schon komisch irgendwie weiß ich nicht stein was ist das für eine fähigkeit und ich bin mit power oder irgendwie die kamera gerade umgeändert ich kann es auch keine fähigkeit mehr machen doch jetzt ich habe es gerade irgendwie geändert dass ich nichts mehr machen konnte ah jetzt habe ich es raus hä ich habe gerade ich habe gerade geschlagen Leute oder oder ganz ganz komisch alter so ich wechsle jetzt nochmal charakter hier ist jetzt auch andere zwei bus hier muss hier muss das doch gehen ähm Zoom in So, also ich lese mir das jetzt mal durch, pass mal auf Ähm Fly Toggle Fighting Mode Flying Mode, auch so Teleport Jump Ü Plus oder was? Okay, kann ich auch switchen Nee, ähm Ja, ich frag mich halt schon, wie ich Stinknormal einfach schlagen kann Das steht hier ja gar nicht Oder muss ich das noch einstellen? Dass irgendwas unbesetzt ist Das kann ja mal wieder passieren Kann ja mal vorkommen Aber, ähm Next Attack Nee, also Boah Ich hab keine Ahnung Ohne Witz Es muss doch eine Taste geben, wo ich einfach mal schlagen kann, oder nicht? Rein theoretisch, so Ich kann den lenken Wie geil ist das denn? So, jetzt mach ich mal mal ein KMH Kann ich das auch lenken? Ähm Ja Okay, Leute Ich wechsle mal die Map Mach mal ganz kurz Verbindung trennen War noch kein Server, ne? So weit Offen Ich denke mal, das spielen aber schon so ein paar Leute Gerade so als Dragon Ball Fan Battle Arena So, maximale Player machen wir mal 10 Passt mal auf Bots machen wir mal Ähm 9 Was ist das denn für ein Spielmodus? Äh Ja Wir starten mal Mal gucken, was wir noch an Map haben So Ich nehme mal Random Krillin sind wir Coole Map Auf jeden Fall Oh Junge Achso, da oben geht's weiter Krillin, die ist jetzt nicht der Stärkste Er kann doch nicht so viel KMH Energieskos Ein stinknormaler Strahl Ich glaub, die Gegner müssen erstmal ankommen Weil bis jetzt seh ich noch keinen Was sind die denn? Wo seid ihr denn? Keine Gegner Jetzt seh ich da Irgendwann hab ich grad was gesehen Schnell hin Da oben sind sie Oh, da sind sie überall Hier Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist ein Gegner Achso Kaboom Doch da hat er die Fäuste Seht ihr? Da hat er die Fäuste grad geballen Kann ich die vielleicht nur Achso, jetzt hab ich verstanden Okay, ich muss neben ihnen sein Damit ich schlagen kann Also, es gibt auch eine Faustattacke Wie man das jetzt macht Keine Ahnung Aber lass mich mal bitte los Alter, er drückt mich richtig in die Wand Richtig heftig Ist schon ein cooles Spiel So, wo bist du denn? Ich hab ihn nicht getroffen Hab ich ihn? Hier ist was los, Leute Boah, Trunks Das macht Bock Das sah ich euch, Leute Das ist richtig cool Vielleicht muss man ein bisschen lernen zu blocken Sonst wird das nichts hier Ach, das war ich grade, ne? Wurde eigentlich schlagen Alter Alter, was war das? Geil, romantik So Ähm Möchte ich gerne fliegen Äh, voll cool So Möchte ich boxen? Ich komme ja gar nicht raus Was soll das denn? Hier oben vielleicht? Ja Okay, nice Cool Also es macht schon Spaß Er hat auf jeden Fall Potenzial Das Spiel Oh, ich kämpfe mit ihm Hau ab, Hau ab Na, ich kann mich sogar bewegen Ich helfe dir Ich helfe dir Wo ist Buh? Buh, wird die ganze Geh und Her geschleudert Alter Scheiße, scheiße Bin ich verrecken? Macht auch schon Spaß Auf jeden Fall Hinterhalt, hinterhalt Na, Leute, ich würde mal sagen Das reicht doch erstmal So Äh, mega geiler Mod Auf jeden Fall Hat Suchtpotenzial Macht Spaß Vor allem dann mit der Community Oder so Finde ich das bestimmt geil Äh, ja Da Ja Ich bin ich verrecken Ich bin ich verrecken